Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichts Welt. Und heute wollte ich dann doch nochmal ein kleines Video zur Aquaria K-Generation machen, also der Splittwärmepumpe von Panasonic, der neuen. Weil ich drum gebeten wurde und weil das vielleicht doch für einige interessant sein könnte, wollte ich so ein bisschen was versuchen über die Möglichkeiten, Einsatzzwecke und dergleichen zu sagen und auch natürlich da mal in die Leistungswerte gucken. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, hoffe ich. Bevor ich damit anfange, möchte ich mich kurz bedanken und zwar beim Jörg, beim Heinrich und bei Windings.de für ihre kleinen Geschenke über Paypal. Der Link ist ja immer in der Videobeschreibung. Ich danke euch, dass ihr meinen Kanal unterstützt. Gut, also was ist zur K-Generation der Panasonic Aquaria zu sagen? Also wie gesagt, das ist eine Split-Anlage, die braucht also einen Kältetechniker, wenn die aufgestellt werden muss. Die arbeitet mit R32. Also wie früher die anderen Klimaanlagen auch. Nur das waren ja Monoblocks, da brauchte man dann ja keinen Klimatechniker. Jetzt muss man einen haben, der einem die Leitung nach drinnen verlegt und da entsprechend abdichtet und absaugt und prüft und macht und tut. Gut, gut, das ist das, also es ist nicht so das Super-DIY-Gerät, muss man gleich sagen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, mit wie gesagt Kältetechnikerabnahme, alles machbar. Ich muss mich gleich mal kurz entschuldigen, das Licht, das ändert sich, die Sonne kommt raus, kommt rein, die Kamera stellt sich immer um. Also ich kriege das heute sicherlich nicht ganz so in einem Lichtspektrum hin, weil hier so ein bisschen Sonne dann auch in den Raum kommt. Und die Kamera reagiert da drauf. Das kurz als Entschuldigung. So, wir wollen mal ganz kurz reingehen ins Prospekt, oder ganz kurz, wir gehen mal ins Prospekt. Da ist also die K-Generation, die ist im Wesentlichen, sieht das ja gleich aus. Also es gibt ein Innenhydromodul ohne Speicher oder eben mit Speicher, nur dass hier dann natürlich wahrscheinlich der Wärmetauscher mit drin ist. Logischerweise, weil ja die Umwandlung dann erst hier drin stattfindet. Und ansonsten, wie gesagt, mit dem Wassertank 185 Liter auch erhältlich. Da ist noch was zu sagen zu dem einfachen Hydromodul. Man kann ja auch an das einfache Hydromodul natürlich einen Warmwasserspeicher anschließen, einen Fremdspeicher oder auch einen Panasonic-Speicher, das ist eigentlich egal. Und da war die Frage, ob in diesem Gerät schon ein Dreiwegeventil verbaut ist. Das ist wahrscheinlich nicht so. Das wäre ja ziemlicher Unsinn, wenn die das in jedes Ventil, in jedes Gerät einbaut. Es verdichten sich jetzt aber Hinweise, es liegt daran, dass Händler erste Beschreibungen veröffentlicht haben, dass es unter Umständen möglich ist, ein Panasonic-Dreiwegeventil hier relativ einfach einzubauen. Und es soll angeblich dann auch im unteren Bereich noch einen leeren Ausgang, eine leere Ausgangsmöglichkeit geben. Das ist die Vermutung, dass man da dann im Prinzip die andere Vorlaufleitung, die man dann ja zum Wasserspeicher legen muss, reinbauen kann. Den Rücklauf würde man dann ja einfach in den Heizungsrücklauf einschleifen. Das weiß ich noch nicht, ob das stimmt. Das werde ich die Firma Panasonic aber noch fragen, ob das wirklich so ist. Weil das wäre natürlich auch noch ein sehr schöner Aspekt, wenn man das hier direkt einbauen könnte und nicht mehr irgendwo frei schwebend irgendwo in den Leitungen so ein Dreiwegeventil hätte. Weiß ich nicht, ob es wirklich für alle gut ist, aber ich persönlich bin ja da. Es kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, wo der Warmwasserspeicher steht, steht der im Prinzip in der Richtung, wo sowieso die Heizleitung hinläuft. Dann ist das nicht so ein Drama. Aber wenn man natürlich das Ding in einer ganz anderen Richtung stehen hat und muss dann hin und her, dann ist es vielleicht doch tatsächlich besser, wenn das hier gleich eingebaut werden kann. Aber wie gesagt, das erfrage ich noch. Müsst ihr euch ein bisschen gedulden, werde ich in irgendeinem Video sicherlich mal sagen. So, jetzt muss ich mal ein ganz bisschen rum hier. Es ist ein bisschen schwer, wie gesagt, das ist kein YouTuber-optimierte Broschüre. Das ist halt einfach die Broschüre von Panasonic. Was fällt uns noch auf direkt? Wir hatten ja bei der L-Generation im Grunde genommen nur dieses Gerät, also einphasig und dann ab 5 bis 9 kW. Das ist hier dann genauso. Hier gibt es aber noch eine etwas kleinere Version. Das wäre im Prinzip ja so ein bisschen die Dimension eines Split-Klimaanlagen-Außengeräts, wo ich jetzt schon direkt wieder bei Panasonic frage, könnte man nicht theoretisch auch die Split-Klimaanlagen mit einem solchen Außengerät? Aber gut, das ist eine Sache. Kann ich ja mal vielleicht auch mal fragen, ob man nicht theoretisch auch ein Angebot machen könnte, die Split-Klimaanlage in dieser Farbe. Weil die Split-Klimaanlagen sehen schon immer noch sehr industriell aus. Aber gut, und dann gibt es hier, das ist eben auch ein großer Unterschied zur L, auch die dreiphasigen Geräte schon. Ich weiß nicht, ob die, wie gesagt, bei der L dann noch irgendwann folgen oder wie das dann laufen soll. Aber die gibt es auf jeden Fall, bei der K gibt es die schon, also die größeren dreiphasigen Geräte. Wir gucken uns die Leistungsklassen gleich, aber auch nochmal an. Gut, Panasonic sieht den Einsatzzweck optimal für Neuinstallationen und Niedrigenergiehäuser. Ich muss sagen, ja, ist natürlich auf jeden Fall klar, die kann nicht ganz so heiß werden wie die andere. Das erzähle ich aber gleich auch nochmal an sich richtig. Ich sehe noch einen Zweck und zwar überall da, wo man vor Stromausfällen Angst hat, also wo oft der Strom ausfällt im Winter. Keine Ahnung noch, wo aufgrund felsiges Untergründe die Leitungen noch mit Holzmasten versehen sind und im Winter unter Schneelast irgendwie öfter mal brechen oder sonst was, also mal mehrere Stunden Stromausfall zu erwarten ist. Da ist natürlich ein Gerät mit R32 im Vorteil, weil das Außengerät eben nicht so einfrieren kann, würde ich sagen. Und ich denke auch bei Ferienhäusern, wo vielleicht nicht immer überwacht ist, dass wirklich das Außengerät immer am Strom hängt, weil das wird sich sicherlich aufheizen, wenn das zu kalt wird. Aber überall, wo das nicht so ganz gesichert ist mit der Stromversorgung, denke ich, ist das R32-Gerät auch eine gute Alternative und eine gute Wahl. Und natürlich da, wo ich sehr kleine Häuser habe, mein Haus zum Beispiel, ganz ehrlich, die L gibt es ja erst ab 5 Kilowatt, da wäre eben hier das kleinere Gerät eventuell auch schon ausreichend. Ich hatte ja mit Panasonic darüber ganz kurz gesprochen, eigentlich macht es keinen Sinn, mein Haus auch noch mit einer Wärmepumpe auszustatten, weil ich ja nun die Klimageräte habe und es werden ja insgesamt drei Außengeräte haben. Da muss es sehr redundant auch sein, dass man das Haus zumindest ein bisschen warm kriegt, selbst wenn eins ausfällt. Wie gesagt, wäre eher für euch was, um zu zeigen, wie man das einfach einbaut. Muss ich mal sehen, ob wir da nochmal drüber diskutieren. Ich muss es auch nicht machen, weil das eigentlich, es ist nur Arbeit und verursacht Kosten und Umbau an meinem Haus. Also müsst ihr mal drunter schreiben, ob ihr meint, dass ich unbedingt noch eine Wärmepumpe anbauen muss, damit ihr euch das bei mir auch nochmal angucken könnt. Gut, egal, wir gehen hier mal weiter in dem Gerät, wir wollen uns nicht zu lange aufhalten heute. Also wie gesagt, breite Modellpalette mit großem Leistungsbereich ist natürlich ein Vorteil, wie gesagt, das ist ein deutlich größerer Leistungsbereich als bei der L-Serie. Das Gerätedesign habe ich ja bei der L-Serie schon erklärt, das ist natürlich sehr schön. Auch das Außengerät ist ein bisschen schöner. Einige haben gesagt, das weiße hat ihnen besser gefallen oder das weiße würde ihnen besser gefallen. Na gut, das ist natürlich die Frage, keine Ahnung, ja man kann die Rippen schlecht folieren, nicht, aber vielleicht hat man auch einen Lackierer, der einem die Front lackiert und den Rest foliert mal weiß über. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das machbar ist. Es gibt ja auch so Folierung zum Sprühen im Autosektor, vielleicht geht sowas. Müsst ihr selber überlegen, ob ihr das riskiert machen wollt oder nicht. Cloudbedienung und dergleichen ist natürlich klar. Speicherdämmung ist auch klar, das ist genau wie bei der L. Schallpegel ist auch hier etwas gesenkt, allerdings nicht ganz so leise wie die L, komme ich gleich auch noch zu. Bei Mitteltemperatur auch A++, bei niedrigeren Vorlauftemperaturen auch A++, ganz klar. Und auch A++ bei der Warmwasserbereitung, das ist sogar 3,6, der COP ist der gleiche. Einen kleinen Nachteil hat sie bei der Wasseraustestemperatur, da kommt sie nur bis 60 Grad bei minus 10. Sie ist eben eigentlich auch nicht dafür ausgelegt, für Hochtemperaturanwendungen, sondern eben mehr für die Niedrigenergiehäuser und Neuinstallationen, also Neubauten. Da braucht man ja hoffentlich nicht so eine hohe Vorlauftemperatur. Also wie gesagt, wenn man eine Fußbodenheizung überall hat, ist das auf jeden Fall total ausreichend. Dann kann man auch die K-Serie nehmen. Muss man dann wissen, ob es Sinn macht oder nicht. Das kommt ja auch ein bisschen auf die Heizlast des Hauses an. Wenn ich eine kleine Heizlast habe, dann ist das vielleicht besser oder eine extrem große. Gut, dann kommen wir mal ein bisschen zu den Leistungsklassen und den Leistungen, also zu den entscheidenden Werten. Es gibt also hier auch eine 3 kW-Anlage, die also, das ist dann hier diese kleinste sozusagen, eben für den besonders niedrigen Energiehaus, besonders gut isoliert oder, oder, oder kann man die auch in 3 kW kriegen. Was ich eigentlich auch gut finde, wie gesagt, für mich wäre genau das wahrscheinlich das Gerät. Auch wenn es ein Splitgerät ist, aber da hätte ich ja keine Angst vor, wisst ihr ja. Ansonsten 5 kW, 7 kW und 9 kW. Man muss immer ein bisschen dran denken, dass wenn man zum Beispiel das 7 kW kauft, das bei sehr niedrigen Temperaturen auch nicht viel mehr Leistung hat. Also, dann ist die Frage, ob man nicht dann gleich das 9 kW-Gerät nimmt. Das muss jeder so für sich entscheiden. Also, man sieht das hier bei minus 7 und 55 Grad hat die 5er halt 5 kW und die 7er hat 5,35 kW. Hat aber einen etwas besseren COP dabei. Muss man, wie gesagt, alles für sich selber. Man muss das ein bisschen im Hinterkopf haben. Wenn man also irgendwie meint, dass man da mehr Leistung braucht, dann ist eventuell auch das Gerät das Richtige. Warum das eigentlich so ist, dass die bei den 7 und bei den 9er nicht dann mehr die Nennenleistung erreichen, kann ich euch auch nicht sagen. Die Frage habe ich bisher leider auch noch nicht gestellt. Aber, ja, wer weiß, vielleicht sieht Panasonic das Video. Wahrscheinlich sehen die das. Und vielleicht antworten die mir auch, ohne dass ich die Frage explizit an die stelle. Gut. Dann, wie gesagt, das Prospekt ist nicht ganz so... Ja, wir gehen jetzt einfach mal erstmal eben über die Leistungsklassen vielleicht. Dann gibt es das Ganze natürlich auch noch... Das ist also mit dem Speichwasserspeicher. Das Ganze gibt es natürlich auch noch als einfaches Hydromodul. Und, ja. Es sind also noch einige Werte gar nicht bei Druckverlegung vorhanden gewesen. Diese COPs sind hier relativ ähnlich. Da kann man also auch keinen großen Unterschied feststellen. Auch zur L-Reihe übrigens. Ich habe das mal so verglichen. Also, die L-Reihe scheint bei etwas höheren Temperaturen etwas schlechter, bei etwas niedrigen etwas besser zu sein. Liegt wahrscheinlich am R290. Denke ich mal, konstruktionsbedingt. Ist kein Riesenunterschied. Könnt ihr euch ja gerne auch die Prospekte nebeneinander selber angucken. Dieses Prospekt werde ich natürlich auch verlinken. So, wo ich dran denke. Ja, ist immer so. Ich werde älter. Ich vergesse auch manchmal was. Dann haben wir hier nochmal die dreiphasigen Geräte. Die gibt es dann mit 9 und mit 12 Kilowatt. Also, ihr seht, die 9 kann man im Prinzip einphasig oder dreiphasig. Ich nehme an, dass die, genau, die 9er hat dann bei minus 7 auch, also diese 9er dreiphasig hat bei minus 7 dann auch 9 kW. Und die 12er hat dann auch die 12 kW bei minus 7 und 55. Also 55 Grad Vorlauftemperatur. Wie gesagt, ja, dann wenn man dann, man muss immer ein bisschen gucken, was man an Leistung braucht. Das Ganze gibt es natürlich dann auch entsprechend mit den, nur mit dem einfachen Hydro-Modul. Die COPs sind hier gleich angegeben. Ob das so ist, ganz genau. Es ist ja sowieso, es kommt ja nicht auf den Millimetern. Die Innengeräte sind einen Tacken lauter anscheinend. Was, ja genau, das Innengerät ist etwas lauter, glaube ich. Ja gut. Genau, bei der einfachen 28 und bei der anderen ist es 33, die Zibel A. Gut, wir gehen nochmal einmal so ein bisschen runter. Wie gesagt, 185 Liter Speichervolumen. Wenn man das mit Speicher nimmt, braucht Wassertemperatur maximal 65 Grad. Ich sage, braucht man normal nicht. Aber wenn man natürlich eine größte Familie hat, geht man vielleicht da einfach die 5 Grad höher und nimmt den 185er Speicher als ein 200er Speicher mit 60 Grad zu betreiben. Das ist jetzt über die Zeit sicherlich kein Gruß. Auch hier muss man allerdings preislich mal herausfinden, ob was eigentlich der 185 Liter Speicher bei Panasonic kostet oder ein freistehender Irgendwas-Speicher. Das muss sich jeder selber letztlich auch ausrechnen. Kann ich euch nicht alles vorrechnen. Die Energieeffizienz für die Warmwasserbereitung hier 3,2 beim Kleinen und 3,5 bei den normalen großen Geräten, also bei den 5 kW, ab 5 kW, 9 kW. Genau. Moment. Ja, ist immer blöd, dass man das nicht in einem angucken kann. Aber wenn es so klein wäre, dann könnt ihr gar nichts mehr lesen. Das ist so wahrscheinlich schon schwer genug. Schallleistung 55 Dezibel A beim Heizen ist etwas lauter als die L und 56 ab der 7er angegeben. Ganz kleinen Tank. Ich denke nicht, dass man es hören wird. Aber ja, wie gesagt, das ist so. Ich glaube, ein Kühlschrank hat 50 dB Schallleistungspegel und das sind jetzt 5 dB Schallleistungspegel mehr. Man wird es etwas besser hören als ein Kühlschrank. Aber der Kühlschrank steht im Haus und das Gerät steht draußen. Ist also immer noch sehr leise. Man muss bei diesen Angaben auch immer bedenken, dass andere Hersteller da durchaus auch andere Angaben machen. Also man darf das nicht ganz so direkt vergleichen. Schallleistungspegel oder Schalldruck ist zum Beispiel ein Unterschied. Und ja gut. Kann ich euch aber auch nicht erklären, gebe ich ehrlich zu, was da genau was, wie und so bedeutet. Ich weiß, dass die J-Reihe von Panasonic schon nicht so wahnsinnig laut ist, also sehr, sehr leise ist. Und die wird halt noch etwas leiser sein. Dann ist die Frage, die Kältemittelmengen. Muss man ja vielleicht auch ein bisschen mit 0,9 kg sind in der kleinsten und 1,3 in der etwas größten. Wir können auch mal gucken, was in den ganz großen ist. Ist da viel mehr drin? Weiß ich gar nicht. Ach, hier steht, ja genau, 2,2 kg. Kann man jetzt wieder für unsere, gibt es ja auch welche, die sagen, ich will aber unbedingt ein R290 wegen dem Klimagas. Das sind also ungefähr dann hier wirklich diese 685, nicht ganz, 685 kg CO2-Äquivalent. Wenn ihr mal seht, was eine Photovoltaikanlage in einem Monat einspart oder auch diese Heizung über ein Jahr einspart. Naja, also wie gesagt, man soll es nicht entweichen lassen, sowieso nicht. Aber das Drama ist nicht so groß. Ich hatte das ja bei der Klimaanlage schon mal erklärt. Bei der Klimaanlage kam es ziemlich gut hin mit einem Flug nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Mallorca. Also man muss mal überlegen, was man woanders macht und was man sich hier dann streitet. Aber wenn einen jemand da ganz ökologisch aufgestellt ist und gesagt hat, ich möchte mein Haus dann halt super ordentlich, super toll und habe auch alles mit natürlichen Dämmstoffen gemacht und dann ist es sicherlich auch eine Frage, ob ich in der Klimaanlage R32 haben will oder R290, muss man auch sagen. Es ist noch ein Punkt zum Thema Aufstellung der R290. Ich muss ja nochmal ein Video machen, was da alles zu beachten ist. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand wirklich keinen Aufstellungsort für eine R290 Wärmepumpe findet oder eine Wärmepumpe, die schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so richtig läuft, austauschen will und dann nicht unbedingt die Leitung wieder nutzen will und natürlich da dann auch nicht unbedingt direkt eine R290 Anlage hinstellen kann. Auch für den, wobei natürlich dann die Leitung eh getauscht werden müssten bei einer Split-Anlage, aber vielleicht war es ja auch eine, dann ist natürlich die K-Reihe sicherlich auch eventuell besser. Gut, ich will das Video gar nicht so viel länger treiben. Die Frage mit dem Drei-Wege-Ventil werde ich an Panasonic noch stellen. Hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen noch. Ein bisschen meine grobe Übersicht. Ich verlinke die Broschüre unter dem Video, sodass ihr euch dann nochmal ein bisschen genauer einlesen könnt. Ihr könnt ja auch mal unter das Video schreiben, ob ihr jetzt eine R290 Anlage, also die normale Anlage einbauen wird oder auch vielleicht andere Anwendungsmöglichkeiten noch für die K-Reihe findet. Wie gesagt, wenn man sehr viel Leistung braucht, ist vielleicht die K-Reihe auch noch besser, wobei es gibt die J-Reihe als T-Cap auch noch, also muss man ja auch immer sehen. Es gibt also auch die, aber nicht als R290, die hat dann auch R32, hat aber wie gesagt diese Monoblock-Geschichte, dass man sie eben ohne den Kältetechniker aufgestellt bekommt und naja, das muss jeder für sich entscheiden. Ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, was ihr persönlich besser finden würdet, was bei euch am besten passen würde oder oder oder. Würde ich mich drüber freuen, über einen Daumen hoch oder runter. Da freue ich mich natürlich auch immer. Das Thema Abos ist auch immer aktuell. Abos, wisst ihr ja, werden immer gerne genommen. Leider ist der Juli ein bisschen schlecht, also wir könnten da noch ein paar Abos gebrauchen. In diesem Fall also abonnieren, kommentieren, diskutieren und auch daumieren und abschmieren. Ciao, ciao!